Was? Das ist schon einer Blue Life für mich übrig, oder? Ne, aber Green Life. Ich kann hier, hier sind drei Splashes und ich kann die Minis dürfen. Ja, ich möchte aber erst mal die Minis. Wo sind die letzten drei? Wie fühlt es das an, wie so eine Botlobby? Das sind irgendwie kacke. Das waren gerade eigentlich echte Spieler, aber die waren halt trotzdem scheiße. Aber wenn ich die letzten drei Kills mache, dann hätte ich 20. Dann neun. Ich treffe ihn halt einfach nicht. Komm mal, schnell. Boah. Dein Bot hat ihn mir abgestaubt, Mark. Ja, kannst du ja sehen, der ist auch dabei aus. Wir haben die Bots wirklich verbessert, ich sag's dir, ohne Witz. Wir haben die gegnerischen Bots und unsere Bots generell komplett verbessert. Ich hoffe nur noch zwei Leute oben. Ja, das sind alles Bots. Na so ist es, dann bekommt ein bester Twitch rein. Na so ist es, dann bekommt ein bester Twitch rein. Ja. 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 Das war richtig einfach. Ich habe auch mal 17 Kills gemacht. Ich habe sechs. Nur? Ja. Ja. Also boah. Es muss doch wieder besser werden. Internet Epic Games eingeben. Nein, das sagt eh Android. Und das musst du mal nachdenken. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ja guck du, 8 GB höchstens glaub ich auf Handy war das. Achso. Und es kommen auch immer wieder Updates und die sind manchmal auch nicht gerade klein. Ja gut, die ist ja nochmal anders als. Dafür wird alter Content halt gelöscht aus dem Spiel. Ja gut, das kann gut sein. Wie darfst du auf dem Ende bin ich da jetzt nicht gerade so auf dem Lauf? Ich bin die gewendet worden. Ich habe jeden Monat 20 GB Updates gekriegt. Du kriegst jetzt nicht nur 50 GB ausgelöst. Einfach wie Warzone einfach. Och man! Ach ich hasse dich. Ich hab doch eh die Kills. Ja, hättest du auch einfach nicht verdient so weißt du. Ach ich kann. So ein Schmutz dieses Vieh. Ich wollte ja je zoned kicken. Oh Gott. Oh Gott. Ich Junge. Ah von mir. Wir sind 3, ich dachte dir doch mal so dreist an. Komm. Alte. Das ist so frech. Ich hab' die. Ja. Die. 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 Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.